Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, einem weiteren Stream Dead Rising 2 So, wir haben noch Zeit bis zum Stakeout Genau genommen haben wir noch ganzen Tag Zeit bis zum Stakeout Und wir haben auch noch genügend Zeit bis zum Zombrex Event Das heißt, wir können ein bisschen Open World Shenanigans betreiben Und lass uns mal ehrlich sein, Open World Shenanigans sind mit die besten Shenanigans Officer Green muss mal wieder für Ruhe und Ordnung sorgen Äh, Richtung und Ordnung Ja, und auch für Ruhe So, wenn wir hier, wir sind hier Phase Erstmal einen wegplätzen Ähm Ich kann mir mal zwei Retenderizer vielleicht auch basteln So, hier Dann So, hier Ja, gut. Und ein Painkiller auf Tash haben? Ist das auch nicht verkehrt? Ah ja, haben wir jetzt Oh, da war ich zu langsam Hunger Pains ist gut, weil da kommt wieder ein Sombrix ins Haus Dann nehme ich am besten das Futter gleich mit Das ist hier meine Intensiiiium Hmmmm Er war schon am werfen Da hat er mich aus der Animation weggesnackt So ein Frechdachs So ein Frechdachs So ein Frechdachs Baby's Diner Schönen guten Tag Baby, okay Horrible Noo I have to eat when I'm stressed Did you find anything yummy? Ich hab immer was yummy dabei Stick with me Ich hab mich Ich hab dich Ich hab dich Ich hab dich Ich hab dich Ja! Das hier! Still in? Hm. Na, läuft doch wie geschmiert. Die letzten fünf Lager bis zum... ...Maximum... ...werden wir aber noch nicht kriegen. Ich bin da vorsichtig, optimistisch. Ja! Keep going! Ja! 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 Sobhraat! Nice. Und Pippi natürlich auch. So, wo wollen wir denn als nächstes hin? Achso, Fetching Females. Das klingt doch gut. Ach, die drei vom Pool in der Palisades Mall. Das kann man natürlich auch geschwind erledigen. Ja, die drei vom Pool in der Palisades Mall. Genau für die Art Survivor ist es natürlich auch immer schön. Wenn man so roundabout, ja wie ich halt so oben bei 100 Cash hat. Also 100k Cash. Ja, warte. Wenn nicht schon mit dem Damen-Hintag hier. Ja, das ist so geil. Ja, die drei vom Pool in der Palisades Mall. Ja, das ist so geil. 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 Ja, das war doch gar keiner. Hä? Wie hat die DAS denn geschafft? Na ja... hoch zur Abkürzung... und rüber! Na ja... 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 Super! Und warten bis alle da sind! Ganz wichtig! Immer im Hinterkopf behalten! Warten bis alle da sind! So, weil Nina jetzt nämlich schon wieder eine ganze Zeit lang später in Türreichweite war! Na ja... Man fragt sich warum! Aber sie stehen sich zum Glück nicht so oft im Weg rum wie unsere Freunde aus dem ersten Teil! 22, 22, 22! Inzwischen braucht man halt auch schon echt viel für ein Level ab! Also die letzten fünf Level, die ziehen sich ganz schön! Aber wenn wir weiter fleißig... Missionen machen und... Vielleicht auch ein bisschen... Ja ja... Um sieben... Ich weiß... Wir haben's... Vier... Wir haben drei Stunden... Also... Den brauch ich jetzt auch nicht mehr... Was haben wir jetzt? What would Jesus do? Ach, die Hangings! Das ist eigentlich ganz nice, dass man hier so... Äh... Quasi richtig schön... Ich erledigen Job! Ich lauf los! Der nächste Job kommt rein! Das ist... Das ist gutes Pacing! Natürlich! 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 Deswegen nehm ich jetzt den Cookie mit! Stell mich hier hin! Wo auch Prima liegt! Verdammt nochmal! Siehste! Der wäre nämlich schon wieder angekaspert gekommen! Das ist so irritierend! Hab ich den Run schon, oder? Ja... Jetzt sieht das nochmal... So spaßeshalber... Rine! Nah! So... Das war nix... Ähhh.... Das Dingard ist, bevor ich jetzt hier ewig viel Zeit verschwende... Aah... Nee Und irgendwann war ich bestimmt noch nicht mal weiss, ob's klappt... Plünderer Ah, die Moves machen schon nacken. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit für die What, What, Jesus, Do, nochmal. Und jetzt sind hier schön viele Zombies. Ich könnte eigentlich nochmal mit dem Motorrad durchrauschen, wa? Einfach um den Zähler wieder ein bisschen hochzukriegen. Und jetzt sind hier ein bisschen hochzukriegen. Und jetzt sind hier ein bisschen hochzukriegen. Das war so eine geile Idee, dass es halt auch auf dem Cover war. Ich meine, das Spur fängt ja auch damit an, dass man in der Spielshow genutzt. Jetzt bekomme ich auch noch die Combo-Card für die Super BFG. Oh, nice. Oh, nice. Das ist schon so. Vor allem der Zombie-Ponus-Zähler für spezielle Dinger hier. Das finde ich jetzt schon auch einiges. Ich glaube bei 3.000 kriege ich nochmal ein. Oh nein, okay. Oh, spezielle Dinger. Oh, sieh mal an. Das muss man vorhaft aufpflanzern. Das heißt, man kann es tatsächlich abnutzen. Interessante Info. Oder einfach nur, wenn ich so oft irgendwie gegengedotzt bin. Das kann natürlich auch sein. Wollen wir jetzt auch dazu. Okay, wenn ich da rein muss. Ja, schön. Macht schon Laune. Ja, macht schon Laune. Ja, ja. Officer Green gegen Sheriff Seymour. Ja. 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 Ja, ich habe mich aber ganz schön rumgezogen. Ich habe jetzt auch keinen Fick in irgendeine Richtung gegeben. Ah, hier der schöne Six-Shooter. Soll ich mal einen Painkiller nehmen? Ich behalte ihn lieber für den nächsten Kampf. Aber ich kann hier mal ein bisschen rumsuchen, ob ich noch mal zu futtern finde. Vacuum Cleaner, ansonst nichts. Spray Paints. Genere ich da. Kann ich denn ein Beckenkiller reinpacken? Nein. Was soll da rauskommen? Was funktioniert ist das hier? Um nur eine Flüstertüte zu bekommen. Dann haben wir mal die roten. Was ist das hier? Ach da die Hänge, Mann. Bankrun investigate this labrun. Aua! 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 Das ist zwei Mal, dass ein Stage-Stall schief gegangen ist. Och, die Dame. Was soll das? Was soll das denn, meine Dame? Oh, es wird hell. Was sagt die Uhrzeit? Ja, ich habe ja bis 8, also es muss zwischen 7 und 8 passieren. Das heißt, 1,5 Stunden sollte definitiv reichen, um jetzt den Typen hier vom Bankrun noch mitzunehmen. Sollte reichen, Trademark. Oh, 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 oh. Der Chiropraktiker trifft ihnen auf, werfe Dame. Ich crazy? Digga, wer rennt hier mit den Zombies rum? Ja. Blablabla, ja, dann mach. Sollte ich noch was vergessen? 2,5 war noch drin. 3,5 war noch drin. 을 Time is a wasting! Time is money! Wenn du auch beim falschen Ding läufst, ne? Wer wastet jetzt? Es hat ziemlich gut gepasst, dass ich sie in Aktion bringen konnte. Ja, arbeite! Los! Muss ich dir da wirklich über die Schulter gehen, wenn du was tust. Sind wir fertig. Du lässt das ganze Geld drin? Alter, was stimmt mit dir eigentlich? Meist ist der Fall von mir dabei! Hilfe! Hilfe! Ja, Sombrax, ich weiß. Komm doch, gibt's noch einen Haufen, oder? Ja, was ist... Ich weiß, Safehouse, Sombrax, es ist mir klar. Komm, Wutu. Jetzt darfst du hier den nehmen. Jetzt rentiert es sich auch. Geht's! War da nicht noch was mit dem wheelchair? Ja. Also auf jeden Fall mit der Batterie zum electric wheelchair, aber... War da nicht auch noch eine, eine Combi-Car für mich? Warte. Das muss ich kurz überprüfen. Electric chair? Ja. 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 Die muss ich mal ausprobieren. Muss ich schauen, dass ich draußen nach Möglichkeiten wheelchair krieg? Kann ich dann... in diesem Mittel-Fountain da... Da ist nämlich auch der... Lawnmower davor. Können wir mal so ein paar... Zombies spazieren fahren? Ich nehme mal hier den Koffekümer auf dem Weg mit. Ich muss ja so ein bisschen gegen geheilt werden. Ich hoffe auch, wenn es sein muss. Oh, da kommen zu viele, da kommen zu viele. Voodoo, Voodoo, das sind zu viele. Ja, der Zombrex-Fall, der ist auch... Das ist noch da, habe ich schon ganz knappere Geschichten geschafft. Jetzt werde ich cocky, ne, weil ich so viel Glück hatte bisher. Na ja. So, siehste mal. 50k. 40k, Lenny. Was? Lenny? Lenny? Was? That kitty's dead. Kitty can't hurt you now, okay? You're safe, Lenny. Charlie put the money away. Safe, safe, nice and safe. So nice, people can get it later. Lenny's a good driver. Lenny likes numbers, too. Lenny likes counting. Ah, ja. Numbers are good times, Lenny. Charlie kept some big numbers in the Yucatan Passino. So Lenny can count. Charlie could have slots. Secret key. Security pass count. In the Yucatan. Okay. Der Pi hat übrigens noch einen Survivor im ersten Teil gefunden, der mir absolut unbekannt war. Einer, der in einem Geschäft sich einbarrikadiert hatte, den man direkt am Anfang noch kriegt. Und ich so, aha, spannend. Daddy, I don't feel so good. Man lernt halt nie aus. Don't feel so good, Mr. Stark. Jetzt hab ich halt bis abends PM nix zu tun. Yes. Da können wir zum Beispiel wieder hinausgehen in die große weite Welt. Können uns einen Wheelchair Loan Mower bauen. Können zum Yucatan hoch. Können Sie sehen etwas mehr als den Weg aus? Wie sehr? Du bist ruhig. Das ist nicht so wichtig. Ich gehe – das ist nicht so wichtig. Das ist auch eine Kunst, bei denen da einfach mal durchkicken und an allen Beteiligten vorbeienzen. Kann ich den Rollstimmung rausnehmen? Ich glaube nicht, ne? Aber draußen müsste ja auch irgendwo einer sein. Hier ist zum Beispiel ein Lawnmower. Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh Gott! 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 This place is going crazy, naja, Zombies halt. Ehh, ok. Wendel Route number 15. Come, 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 come. Jawohl. Komm mit! Wienwind sail earlier. Aww, ah, dik. I love how it sounds when it breaks. Keep moving. Still there? Harry! Ja, was heißt brauchen? Achso, das ist ja... Ich habe jetzt auf das Thyssenball gewartet. Ja, das war ein bisschen Brain AFK. Das soll ja auch mal vorkommen. Jetzt kann ich auf das Thyssenball warten und da ist es aber auch schon... Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ich würde einfach mal hoch ins Yucatan Casino gehen. Und dort dann, wenn ich auf dem Weg zufällig einen wheelchair sehe, dann freue ich mich. Wer nett ist, aber jetzt auch nicht so schlimm. Ach, Luca Perry ist wieder im Chat. Äh, ne, ich habe keinen Urlaub, aber es gibt einen Grund, warum ich nur frühmorgen streame. Nee. Tease mich nur mit deinem Scheiß reinstehen. Kannst nicht lang bleiben, das ist nicht so dramatisch. Schön, dass du es überhaupt schaffst kurz reinzugucken. Kannst ja, wenn du weitergucken magst, äh, natürlich das Beauty auf YouTube anschauen. Ja. Nehmen wir halt erst die Kerle. Und ab. Warte mal, war das das Poker-Ding? Ja. Poker werde ich heute, also in dem Rand nicht spielen. Das frisst ein bisschen viel Zeit. Ich glaube, während der Zeit, während des Pokers sind, glaube ich, noch so 1-2 Events, die man auch machen kann. So, Spieler und Babel. Tja. Ah, Slave to Fashion. Jetzt auch wieder auf. Aber ich behalte jetzt erstmal die... Blablab. Die Polizei-Uniform. Ah, der Tesla-Ball da ist. Die Combo-Card dafür, das hat man ja im Laden gesehen. Äh, ich behalte die... Die Polizei-Uniform, um jetzt die Sniper auf jeden Fall zu legen. Hier oben, da müssen wir da abends weg rein. Das End-Up nicht ausgewählt, sondern das Slave to Fashion Man überhaupt. Wie macht es das? Dann hast du dir nichts entgegen, wenn ich dir deinen Whisky wegtrinke. Ich fühlte mich kurz ein wenig eingesperrt. Ich fühlte mich kurz ein wenig eingesperrt. Ich fühlte mich kurz ein wenig eingesperrt. Oh man. Oh man. Oh, das ist ein Bicke. Da neben, da neben! Hi! Wo? Der pfeffert aber auch kurz rein da. Ich meine, er hat natürlich keine Chance gegen mich, aber man muss es dann doch neidlos anerkennen. Hier ist jetzt nichts mehr gespawnt seit. Seit der Dude da war. Doch, ne Pizza! Hat er die übersehen gehabt oder was? So. Der andere war jetzt noch auf dem Kino, ne? Oder beim Kino. Im Kino drumherum. Boah, mir fällt was ganz anderes auf. Das ist hier im Klo. Ich würde gerne mal zwischendurch speichern wollen. Schade! Ja, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schade. Was ist das? Ah, auf Blöd ist da vielleicht ein Wheelchair drin, das kommt ja gerne auch mal vor. Nee. Ich höre die Musik, aber wo ist der Warrantier? Was ist das, wenn man das alles nur immer so ungefähr noch im Kopf hat? Das war furchtbar. Aber der Name taucht auch nicht auf. Da ist er aber. Siehste mal. Ah, du bist das. Ja. Und dann ist er. Das bringt halt auch nicht so viel. Hast du nicht nur ein Bier liegen oder was? Was bist du für ein Hilf, wie die ohne Schnabbes? Nee, 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 du. Sehr, bevor ich so rüde unterbrochen wurde. Ich wollte zum Yucatan schauen, was ist mit dem Special Key und dem... ...und wir spüren was eigentlich. Ich mach erst Slave to Fashion. Ich geh über die Arena quasi rein. Dann kann ich mir gleich die... ...entsprechende... ...Klamotte für besorgen. Hm, Müllrotter. Da ist einer mit dem Rollstuhl. Dann klau ich mir jetzt den Rollstuhl. Ha, 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 ha. Vorne links war ja direkt auch ein Burnmower an einem... ...Maintenance Raum. Und eine New Message gibt's auch noch. Chemical Dependency. ...Maintenance Raum. Ach so. Das Sombrax von dem anderen... Oh, und das ist schon gelb. Ja, dann sollte ich das gleich zuerst machen. ...Maintenance Raum. Oh, immer der Pinsal der Wiff. Leute, nicht Stress. Ach, hier wär auch noch einer. Wir müssen jetzt spawnen sein. ...Maintenance Raum. So nehmlich. Und noch ne. ...Maintenance Raum. Wir müssen ihn jetzt hier reinkommen. So. Und wir sind gleich jemanden, der sich... ...hier reinsetzen will. Nein! Nein! Nicht weil du jetzt sofort angekaspert warst. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch verarschen? Klar! Das gibt es auch nicht. Das gibt es auch nicht. Weil es schon direkt ange... Ey, das gibt es auch nicht. So, wo war jetzt der andere hier? Alter. Was für eine Scheiße. So. Und das passiert mir jetzt nicht nochmal. Ja, ihr kommt nämlich schon wieder an. Ihr Spacken. So. Nicht Push, kann ich mich aufheben? Okay, ja. So. Ja. So. Ja, da, da. Ha, 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 ha. Fuck you, Alter. Komm, du längerer Biese. So. Äh. Äh, äh, was? Nein. Nein, Alter, nein. Einfach... Push. So. So nämlich nicht. Okay, fuck, das war's wert. Warte mal. Es ist noch über die Hälfte. Zwar gelb, aber über die Hälfte. Das heißt, ich gehe jetzt... Ich gehe nicht über die Arena. Das dauert zu lang. Ironischerweise. Ich gehe nicht über die Hälfte. Nein, ich gehe nicht über die Hälfte. Ja, ich weiss. Ok. Ja. Ausgesperrt. Alles ganz traurig. Ok. Also, ihn habe ich schon wieder vergessen, seit letztem Mal. Ja, ich höre dich, ich komme am Rückweg vorbei. So, dann muss ich mich kurzzeitig von Officer Green verabschieden. Ja, smooth. Schön, die Frittenfutter. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Okay. Der mit der Lanny. Gehst du mich? Ja. Ja. Mr. SpaghettiVester muss weg. So. Ja. Mr. SpaghettiVester muss weg. So. Was ist denn noch? Er hat Art Appreciation war noch. Ja. Ich komme ja schon. So. Kann man jetzt gehen. Let's go already. Heee. Ja. Ja. Ray auch noch dabei. Denk ja nix. Ray. Das ist normal. Was in Fortune City passiert? Bleibt in Fortune City. Das war's. Ja, das ging richtig schön straight rüber. Wie ist es? Bist du noch? Bist du noch? Bist du noch? Bist du noch? Wir haben 5.2. Wir sind noch nicht. Schön ist kommen. Ja, das ging doch smooth. Ja, 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 sehr schön. Ja, 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 ja. Und der Spear Launcher. So. Dann gehe ich jetzt nochmal speichern. Adepreciation. So mit uns. So. Und dann würde ich kurz eine Pause einlegen, um die Folge entsprechend zu beenden. Aber im Stream geht es natürlich direkt weiter. Deswegen, gleich bin ich wieder da.